Jetzt geht's los! Ja, meine Anfangszeit war eigentlich relativ einfach, weil ich kannte damals schon einfach paar, die was hier waren damals. Und da konnte ich mich eigentlich relativ schnell integrieren, sei ich jetzt mal, habe da jetzt nie wirklich lang gebraucht, um Anschluss zu finden oder sonst irgendwas. Und ja, mittlerweile verstehe ich mich eigentlich so mit Sabi, mit Kevin, mit Ciaoni so am besten. Und ja, ich sage jetzt mal, im Fußball gibt es so viele Meinungen von jedem Einzelnen. Schlussendlich macht mir Fußball einfach unmöglich viel Spaß und ich wäre einfach froh, dass ich jetzt das so weit geschafft habe. Und ja, ich werde einfach jeden Tag besser werden, gebe jeden Tag alles dafür, besser zu werden. Ich war immer schon so, dass ich nicht verlieren konnte und nicht verlieren will. Und egal, ob es dann ein Training ist, ob es ein Spiel ist oder ob es, keine Ahnung, daheim im Garten ist gegen irgendjemanden, ich will gewinnen. Und wie das dann fußballerisch ausschaut, können andere bewerten. Ja, ich sage, es ist immer schwierig, wenn man verletzt ist, vor allem so lange Zeit draußen ist und man immer wieder was macht und das hat lang nicht funktioniert. Es waren natürlich auch schwere Tage vorbei, man probiert sich irgendwie abzulenken. Ich glaube, mit Corona war es auch nicht so leicht, wenn man halt viel zu Hause ist und man nicht viel machen kann. Und ja, dann spielen wir mal Playstation, spielen wir mal ein paar Spiele mit meiner Freundin oder sonst irgendwas. Sonst gab es nichts, irgendwas Spezielles, was ich jetzt neu entdeckt habe in dieser Zeit. Bin einmal wieder froh, dass jetzt wieder bergauf geht, ich auf einem guten Weg bin und bald wieder am Platz stehen kann. Welcher Top-Spieler ist am ähnlichsten? Also, gute Frage, habe ich ehrlich gesagt, noch nie Gedanken darüber gemacht, wer mir am ähnlichsten ist. Ich glaube, das können gerne alle irgendwo in den Kommentaren beantworten. Mir fällt jetzt ehrlich gesagt nicht ein, wer mir am ähnlichsten ist. Wessi, ganz klar. Genau mein Spielertyp. Ehrlich gesagt, alles. Also, ab und zu Hip-Hop, ab und zu Deutschrap, ab und zu Pop, keine Ahnung, einfach Radio. Also wirklich, da bin ich, wollte ich nicht wirklich sagen, so die Richtung ist es jetzt. Also manchmal ist es der Tag die Musik, der Tag die andere Musik. Also, ich bin da relativ offen. Steven Gerrard. Peaky Blinders. Muss nicht sein. Ohne Butter. Joggingsauce. Überall hin. Absolut Ich habe keine Ahnung, nie Gedanken darüber gemacht, aber irgendwas hoffentlich im Sport habe ich. Naja, mehr weiß ich nicht, aber es wirkt wahrscheinlich mehr, weil ich habe es so viel besser, wie er bin im Fortnite. Ja, dass er das vielleicht so empfindet. Ja, also wir wohnen ja nicht fast im gleichen Haus. Die wohnen alle in Haus Nummer 13, ich wohne in Haus Nummer 11. Also, ich bin noch ein bisschen separat. Aber schlussendlich sehen wir uns ja nicht so oft, außer wenn wir zufällig mal mit dem Auto gleichzeitig in Tiefgarage fahren. Sonst ist das Ganze ganz entspannt. Und wenn einer mal kein Auto hat, sei es, dass man keinen anderen mitnimmt zum Training. Also, ja, bis jetzt nur Vorteile. Bisher, ja, ich denke mal auf jeden Fall, der Weg ins Champions-League-Halbfinale war auf jeden Fall ein besonderer. Und ja, an den werde ich mich sicher erinnern. Ja, wie schon vorher gesagt, ich glaube, ich brauche da nicht wirklich eine Motivation. Es geht einfach um den Wegkampf, um das Gewinnen. Und wenn ich am Platz stehe, will ich gewinnen. Und da brauche ich keine Motivation, egal gegen wen oder wo. Ja, also auf jeden Fall noch den einen oder anderen Titel zu gewinnen. Und auf jeden Fall nach so einer Kackverletzung nicht mehr so eine Kackverletzung zu haben, was man auch nicht beeinflussen kann. Aber ich sage mal, so viel, wie ich beeinflussen kann, werde ich dafür tun, dass ich nie mehr so lange draußen bin, auf jeden Fall. Vielleicht ist das nicht so geheim, aber ja, Kevin Kampel ist ein super Sänger. Er hat oft schon gezeigt, dass er auf jeden Fall entertainen kann und auf der Bühne. Also ich hoffe, da kommt noch mal was von ihm. Danke für eure Fragen. Bis zum nächsten Mal. Euer Conny.